Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit Broken Place und Freshtonne oder mit Freshtonne und Broken Place, wie ihr wollt, ihr könnt es drehen, wie ihr möchtet. Oder mit dem Hellgame und der Freshtonne. Ja, oder so. Oder mit dem... mit der Freshtonne, einfach so. Ja, oder so. Einfach so. Ja, wir haben jetzt dreimal hintereinander verloren und ja, jetzt sind wir noch eine Runde zu gewinnen. Dann müssen die in den Erdboden, in den Erdinneren müssen wir die zermatschen, zack, ficken. Weißt du, verstehst du? Ja. Ja, so ungefähr. Wie die Map ist cool, die jetzt kommen. Ja, Flugzeug haben wir doch gar nicht gehabt. Flugzeug? Präsidentenflug. Präsidentenflug. Wir haben sicher gute Toiletten. Ich glaube auch, alles voll geschissen. Ja, hast du. Bader-Toiletten. Hm. Das ist aber drauf, die Christen. Junge, alle Mann rein! Rein, ich geh ganz hoch. Hui! Hui! Aber das hatten wir echt noch nie. Das ist fast immer die ersten... ersten zwei Maps, die werden immer gespielt. Die, die mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Villa. Und die andere da. Das sind die neuen Maps, die kommen mit DLC, ne? Echt? Oder? Also können wir es dann spielen. Haben wir die neuen schon gespielt? Ne, die ganz, die bisher, die Maps, die alle da sind, kann man auch so zocken. Gibt's nicht welche, die man nicht zocken kann? Noch, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht? Das erste DLC war kostenlos. Kostenlos? Das ist ja nett. Also die erste DLC-Map. Achso. Ich kenne sowas nicht. Die würden eine Map verkaufen für 20 Euro. Eine Bombe verorganisiert und entschärft werden. Würden sie. Ubisoft ist noch nicht ganz so schlimm. Noch nicht. So, kommt Mädels. Auf geht's. Wir müssen ein Flugzeug besteigen. Ja. Also die Map, die ist... Naja. Ja, aber hier verstecken sich verdammt viele Leute. Also hier sind viele Möglichkeiten. Sind die oben oder unten? Oh, da drüben sind die hier. Da hinten, gell? Hier sind sie hinten. Kommt mal, Jungs. Geh vor. Wir schleichen uns alle an. Also mir gefällt das Flugzeug. Ich würde einziehen. Guck mal, das vielleicht... Oh, shit. Was war das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Guck mal, sogar mit eigenem Fernseher. Ich glaube, hier sind welche. Lass uns mal hier... Guck mal rein. Hier, lass mal hier runtergehen. Warte mal, hier wäre eine Leiter. Warte, ich gucke erst mal hier. Die werden unten im... Boah, das ist echt übel verwinkelt, ey. Ja, sag ich ja, hier kann man sich verdammt gut verstecken. Da ist zu. Voll gut. Ich sehe keinen. Ich bin mal eins früher gegangen. Ja, gehen wir mal höher. Wer war das? Ah, die Kamera läuft. Geradeaus. Oder? Nein. Nee. Ich schau, von wo die Blutspitze sind. Die sind woanders hergekommen. Ja, von da hinten, ne? Ja. Hinter ihm waren die, ja. Lieg ich da einfach? Sieht richtig komisch aus. Nein! Boah! Fuck! Er hat eine Granate. Ah, eine Granate. Eine Schulfhinte. Das ist... Shit. Alter, wie du da liegst. Ich sag ja, das ist saugeil. So schist da voll deine Eier. Oh Mann. Wo ist der? Das ist echt dumm. Hast du ihn, Michael? Der wurde gestörtet, ja. Wir sterben da alle. Nein, ey. Ich hätte ihn holen können. Abstand halten. Oh, schön, schön, schön. Der hat eine Licht. Drei gegen zwei. Komm schon, Michael. Du machst das. Der hat ja auch einen geilen Waffen-Skin da vorne. Jetzt ist dein Moment, Michael. Groß, Michael. Deine Chance, berühmt zu werden. Deine Chance. Macht mich nicht nervös. Er hat schon Arschwitzen, ey. Dann läuft die Suppe schon hinten raus. Wenn ihr übrigens alt drückt, dann könnt ihr etwas langsamer griechen. Aha. Gut zu wissen. Kannst du langsamer sterben. Genau. Welchen Sinn soll das haben? Ihr macht weniger Geräusche. Aha. Okay. Oh. Boah. Ja, so viel zu weniger Geräusche. Erstmal erst mal Tinnitus, ey. So viel zu weniger Geräusche, Michael, ne? Ich war das nicht. Michael war das ja gar nicht. Darf ich meinen? Also, vielleicht war er es nicht. Wo ist der? Da, im Raum vor dir. Genau da. Da sind sie. Da ist er gewesen. Nein. Doch, da ist er. Hä? Tatsache. Oh, das Ding hat echt eine komische Range. Oh. Mua, 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 mua. Schade, aber für eine Sekunde sah es gut aus. Aber dann war es halt einfach der Befehl. Ja. Das sollte doch auch einer Sekunde. Aber du hast sie doch angehitet, oder? Ja, mehrere sogar. Da waren nur noch die beiden. Mehrere Leute waren das. Gut, dann, ne? Also, ne? War schön mit euch. Ja. Ich gehe jetzt mit Schroff hinterlein. Mit Bites. Och des. Panzerfaust musst du nehmen. Oh ja. Ja, klar. So wie es aussieht, verliehen wir die vierte Runde hintereinander. Ja, wir sind Profis. Ja, wir machen das mit Absicht, oder? Ja, wir machen das mit Absicht. Genau. Muss ja keiner wissen. Wir müssen die Erwartungen schon ganz, ganz niedrig halten. Dass wir das nächste Mal dann... Bei uns gibt es eh keine Erwartungen. Nein. So, Mädels. Das ist ganz neu. Wo ist die Bombe? Hier ist die Bombe. Dann machen wir hier mal zu. So. Tschüss. Machen wir mal Verstärkungen. Mann. Sack. Wir sind zu blöd, den Sohne kaputt zu machen. Blof, ne. Könnte ich den Verstärkungen reinmachen. Hier so, ne? Ja, hier. Ja, da. Ich mach hier mal das Ding wieder ab. So, eine noch. Mach halt die andere hin. Toll, hier ist jetzt ein Loch drin. Scheiße da. Passt dann hier über diese Tür auf. Ich geh hinten in die Ecke. Komm ich da raus? Nee. Oh, man kann rausgucken. Keine Sorge, wir weg der Granat aus. Granate. Leute, ich hab Angst. Ich auch. Mach was. Türbarrikade angebracht. Ich glaube, ich hab'n Tinnitus. Ich seh' immerhin nur pfeifen. Hm. Schlimm mit dir. So, bist du in den Raum vor der Spiegel? Hm. Mhm. Guter Konter. Guter Konter. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Respekt. Alter. War der mega. Okay, okay. Die kommen jetzt bei mir in die Etage. Warte mal, wer spielt Smoke? Ich. Bei dir sind Schritte. Bei mir? Mhm. Weil hier ist alles verstärkt. Ja, aber die Tür kriegen sie trotzdem kaputt. Genau. Trotzdem ist es verstärkt. Ja, aber trotzdem geht's kaputt irgendwie. Trotzdem ist es verstärkt. Ob die nicht aussieht, was machst du? Darum decken wir beide eine Tür. Hi. Geh' mal mit den anderen Jungs spielen. Ich decke hier die Tür so. Muss ja auch jemand machen, oder? Ich komme nicht drüber. Oh, einer ist schon tot. Die kommen von da hinten, oder? Die kommen von dort. Da muss ich den Tür gar nicht mehr decken. Da hat den Michael kommen. Gucken wir mal hier durch. Hallo, Michael. Hallo. Uff, vier gegen vier. Sollte ich vielleicht nicht doch lieber hier hinten bleiben und decken? Man weiß ja nie. Man weiß nie. Ja. Schilik trifft's. Wow, 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 wow. Wow, wow. Komm rüber. Wow. Ich weiß nicht, von wo das kam. Von oben wahrscheinlich. Ich weiß nicht, von wo das kam. Nein, nein, von unten. Von unten. Von unten? Von unten, tatsache. Oder? Ja, kann ja nur. Ich weiß nicht, von wo das kam. 3 gegen 3. Auffassend. Oh, von oben, von oben, von oben. Schnell wieder zurück. Hab einen. Hab vergast. Vergast ihn. Ich hab einen. Was, einen? Schön. Fuck. Ich glaube, das war nur ein täuschtes Manöver. Eins, ja? Ich weiß es nicht. Pass lieber auf. Ich auch. Michael deckt ja auch. Da kommt einer. Fuck. Nein! Nein! Von wo? Von wo? Ja, im Raum. Bei der Bombe. Der ist hinter dem Ding drin da. Michael, pass auf. Der ist direkt dahinter. Oh, da ist er, da ist er. Schön, schön, Dominik. Schön. Boah, ich bin fast tot. Ich hab ihn. Jawohl. Boah, alter. Boah. Schön. Mann, ich hätt ihn töten können, Mann. Du hast ihn noch erwischt. Okay. Ja. Scheiße. Hey, wir haben mal wieder gewonnen. Ja, mal wieder gewonnen. Das ist was Neues. Schon lang nie mehr. Also hier ist schlimm gut, weil hier sind die Räume eng. Ja. Oh, warte, ich kann auch. Nee. Komm, die Runde machen wir. Bleib du bei deinem IQ. Ja, ja, ich bleib bei dir. Bei meinem IQ. Genau bei deinem IQ. Unter null. Aber nachher. Was? Ja, komm, wir machen das jetzt. Wir machen das. Ja. Wir müssen den beweisen, dass wir es drauf haben. Ich hätte da nicht rüberspringen sollen, ich Idiot. Du Idiot. Und Schrotwind ist nicht gut. Ich mag keine Schrotwind. Oh, hier sind sie. Wo ist sie? Ja, hier ist sie. Wo geht's raus? Ab einen. Ab Bombe A. Und eben auch von dem Raum. Da kann man gut angreifen. Sehr gut. Supergeil. Da ist es. Ab auch die zweite. Die haben die Störsender drinnen. Verstärken hier alles. Ah, der macht sich hier ein Loch. Also bei Bombe B macht er sich einer hier ein Loch. So ein Gloryhole macht er sich. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Also ganz links von B aufpassen, damit einer nämlich aufs der Wand ziehen wollen. Okay. Vorsicht. Ich habe meine Kamera sehr, sehr gut platziert. Sehr, sehr gut. Fuck. Okay, das war es mit sehr, sehr gut. Das war es mit sehr, sehr gut. Fuck. Ich könnte einfach rein. Oh. Was? Pass auf, die sind da schon. Warte, ich fahr mal vor. Ja, die sind direkt bei der Tür. Meine Drohne ist schon kaputt. Markier die mit X. Zu spät. Ich bin durch. Bis zum Trauffall. Rauchgranate unterwegs. Rauchgranate geschmissen. Rauchgranate nach vor. Noch mal eine Rauchgranate hier drüber. Was ist los mit dem, ey? Fuck. Ich komme von unten durch. Ich komme von unten durch. Ich mache das jetzt. Lebt ihr noch? Nein. Mach das jetzt von hinten. Michael. Mit deinem dicken Schild. Pass auf, die sind rechts. Igel dich ein. Amen. Sehr gut. Der kommt von links, Michael. Weiß ich. Oder? Ja, der trampelt da oben noch um. Ja, du. Jetzt hast es wieder wahr. What? War das eine Falle? Lauf, bitch. Run, bitch. Ich bin in die Falle gelaufen. Run, bitch. Mann, bin ich ein Idiot. Ich habe die Falle nicht gesehen. Passiert. Mann. So. Michael. Save the world. Endet schön. Rettet die Wale. Rettet die Welt, komm. Findet Nemo. Genau. Und Dori. Ja. Soll jetzt auch der Film bald kommen, ne? Ja. Sicher, wenn du da durchgehst, dann links vorne ist einer, ne? Bei der Wand. Also, wenn du noch länger durchgehst. Da kommt einer. Da ist er, da ist er. Schieß. Oh, Junge. Rie weg. Oh. Das ist diese Scheiß-Fähigkeit von Frost. Ich hasse es. Scheiße. Ich hasse es. Oh, Junge. Da waren beide. Hey, das war ein Nokia. Das war ein Nokia. Da wurde es mit dem Nokia gedötet. Das war ein Nokia. Ja, das bombt halt alles weg, ne? Ich wette, es hat die Explosion noch überlebt. Ja, Sledge kann ja, Sledge gibt es auch in DLC, wo einfach so ein Hammer mit Nokia dran ist. So ein Stil mit Nokia. Dann kommst du durch alle gepanzerten Winnig. Jawohl. Ohne Probleme. Einfach so. Einfach durchrennen. Ich hab schon, Junge, sie ansteigen. Ah, 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 boah. Ja, muss schon. Ah, Mute. Ja, deine Klasse. Boah. Bomben sicher. So, zerbalkadieren wir hier mal alles. Ja. Machen wir. Alles dicht hier. Bam. Eins. Hier mache ich dicke Panzerplatte drauf. So, da kommt nix mehr durch. Ich hab noch irgendeines. Kann ich das noch irgendwo verwenden? Aufpassen, dass es lohnt, dass ich es nicht finde. Ich mache erst mal dicht. So, und dann hier noch. Haben die gar nicht die Bomben gefunden? Kann das sein? Zack, zack, zack. Noch nicht. Kann aber noch passieren. Hä? Ich glaube, ich hab mich hier rausgesperrt. Ein Ziel ist versteckt. So, ich leg mal hier unten drunter eins. So, wo sollen wir uns verteilen? Wo seid ihr? Ihr seid da. Ich bin eingesperrt. Ah, ihr seid, ja super. Ihr seid ja voll getrennt von mir. Ich bin alleine eingesperrt. Ja, gut, egal. Die Tür möchte ich jetzt nicht wegmachen. Scheiße. Nee, lass. Das ist jetzt scheiße. Weil wenn ich jetzt so... Warte, ich mach sie weg, ich mach sie weg. Mach mal weg, weil ich kann. Ich kann sie ja wieder benutzen, zum Glück. So, mach mal wieder drauf. Micha, was machst denn du alleine? Ich hab gehoffen, dass die hier spawnen, aber die spawnen nicht. Die spawnen nicht. Kommt wieder zurück. Soll ich ja auch mal? Ich bin mir das Gefühl, dass die von A drüben kommen, wo die zwei Typen da sind. Kann nur sein. Oh, oh, oh. Vorsicht, die schießen rein. Das war jetzt knapp. Vorsicht. Aber der war draußen, oder? Warum ist der draußen? Fuck. Ah, fuck, die kommen hier, wo der Michael war. Ja. Deck du mal da. Ich decke hier den mittleren Gang. Gibt nicht viel zu decken gerade, aber naja. Was machst du da? Achso. Wir sind können. Boah, der ist immer noch draußen. Oh, 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 oh. Der hat eine wird dir... Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Warum? Der ist noch draußen und snipert. Ja, aber hier wurde ich auch gerade angeschossen. Ja, aber... Sicherer als rauszugehen. Shit. Das sehen wir gleich. Shit, Alter. Was machen wir jetzt? Fuck, fuck, fuck. Fall einfach zurück. Oh, fuck. Von oben. Von oben. Von oben. Bleib mich vor, der liegt von oben. Muss jetzt aufpassen. Pass auf, oben bei der Decke. Oh, oh. Oben von der Decke. Ich hoffe, der sprengt mich gleich weg. Pass auf, pass eher links auf, Dominik. Oben war nämlich einer. Pass auf, da oben. Da oben, oben. Nein. Nein. Oh, jetzt bist du von beiden Seiten. Ja, scheiße. Das war doof. Ich lebe noch. Das war kacke. Ja, das ist nicht laufend. Das war richtig kacke. Oh, guck mal, der hat jetzt in zwei ledig. Ja, aber das reicht nicht. Oh, Junge. Reicht nicht. Ah. Tja, die vierte Runde hintereinander verloren. Wir können's. Passiert. Wenigstens einmal zwischendrin gewonnen. Ja, wenigstens zwischendrin, aber einmal was Gutes gemacht. Keine totale Niederlage. Immerhin, immerhin. Das ist abends. Gut, Jungs und Mädels, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, nicht vergessen, bei Broken Plays und Flash-Stone vorbeizugucken. Wir verabscheuen uns für heute. Wir verabscheuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.